Künstlerische Werkzeugkiste. Ein Trainingsprogramm für die künstlerische Auseinandersetzung. Probleme, Hintergründe, Übungen. Hallo und herzlich willkommen zur Künstlerischen Werkzeugkiste Nummer 5, dem Programm für den künstlerischen Arbeitsprozess. Heute geht's um Feststecken und Weitermachen. Wir haben ja darüber gesprochen, wie man Ideen haben kann, wie man Inspiration einlädt, wie man Themen findet, mit denen man persönlich verbunden ist. Und jetzt haben sie eine Idee und dann kommt das nächste Problem, nämlich was mache ich, wenn es bis zu einem gewissen Punkt super läuft und dann auf einmal geht es nicht mehr weiter. Also geht super los und dann stecke ich fest. Wir haben beim künstlerischen Arbeiten so drei Standardsituationen. Im Prinzip ist das so ein bisschen wie bei der Kunst des Krieges von Sun Tzu, chinesischer Militärstratege und Philosoph aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, den lesen heute gern die Manager. Aber da stehen ein paar Sachen drin, die sind auch beim Kunstmachen interessant. Also Sun Tzu sagt, es gibt drei Energien. Es gibt Vorsprechen, es gibt Zurückweichen und es gibt auch die sehr wichtige Energie des Verharrens, des Innehaltens. Und das ist eine Energie, die wird sozusagen im westlichen Kulturraum häufig nicht thematisiert oder wahrgenommen oder so. Also ja, es kann passieren, Sie haben keine Ideen, Sie haben das Gefühl, nichts klappt und dann lassen Sie es eben bleiben oder Sie machen was anderes. Oder Sie haben wahnsinnig viele Ideen und preschen vor. Oder Sie müssen Stopp machen und dann machen Sie Pause. Ja, und die Pause ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument beim kreativen Arbeiten. Da kommen wir nochmal zu. Na, also drei Grundenergien. Was ist, wenn ich zu viele Ideen auf einmal habe? Ich kriege es nicht gehandelt. Was ist, wenn gar nichts kommt? Ich stehe da wie der Ochsbromberge vor dem weißen Blatt. Klassisch, ja. Oder was ist, wenn ich feststecke und es geht nicht weiter? Und das sind drei Grundsituationen, für die jeder und jede von Ihnen die eigenen, ihre persönlichen Rezepte finden muss. Je früher Sie das lernen, umso besser. Na, eigentlich ist das mein Ziel. Ich möchte, dass Sie nach drei Semestern beziehungsweise 24 Podcast-Episoden diese drei Listen haben. Liste eins. Was tue ich, um Inspiration zu finden? Liste zwei. Was tue ich bei zu viel Inspiration? Liste drei. Was tue ich, wenn nichts geht? Und wenn Sie dafür Rezepte haben, können Sie meiner Meinung nach so gut wie jedes Projekt stemmen. Na, das ist die Grundlage. Wenn Sie das wissen, können Sie Doktorarbeiten schreiben. Sie können große Installationen machen. Wahrscheinlich können Sie damit sogar Häuser bauen, Ehen retten, Kinder großziehen, Imperien zu Fall bringen. Alles, was Sie sich halt so als Ziel setzen. Ich verspreche Ihnen, dass Sie in diese drei Listen grundsätzlich helfen werden. Über das Aktivieren, das Anfang haben wir schon gesprochen. Und heute geht es aber ums Weitermachen. Angefangen, nicht geklappt, geht nicht weiter. Was tun Sie? Ich habe das erst so richtig gelernt, so um die 30 beim Doktorarbeit schreiben. Und ich finde, das ist zu spät. Ja, ich möchte gern, dass Sie das früher lernen. Und dann können Sie auch länger daran rumfallen und das perfektionieren. Was ich gelernt habe beim Doktorarbeit schreiben war, also stellen Sie sich vor, Sie schreiben diese Doktorarbeit. Die ist so lang wie, sagen wir mal, zehn Hauptseminars arbeiten. Und Sie sitzen irgendwie den ganzen Tag in Ihrem Zimmerchen und schlagen sich damit rum. So wie Sie das auch jetzt zum Beispiel bei einem Portfolio machen. Und nach und nach fangen Sie an, ein paar Regelmäßigkeiten zu erkennen. Ja, als ich nach drei Jahren fertig war, wusste ich, aha, wenn ich feststecke, muss ich drei Dinge ausprobieren. Eigentlich vier, aber ich mache mal drei. Also erstens, ich brauche eine Käsestulle oder ich muss mal um den Block oder ich habe noch nicht genug gelesen. Ich weiß noch nicht genug. Für ich muss mal um den Block gehen, kann man auch Staubsaugen, Geschirr spülen, Haare waschen, irgendwas anderes nehmen. Also es gab drei Möglichkeiten im Prinzip. Entweder Energiezufuhr. Sie kennen das, nichts geht mehr. Man muss zwanghaft eine Schokolade essen. Furchtbar. Also entweder Energiezufuhr oder zweitens eine Art monotone Tätigkeit, die gar nichts mit dem zu tun hat, was man eigentlich gerade tun will, soll oder muss. Können Sie auch auf Ihre Liste gucken. Oder drittens Input. Ganz wichtig, Input. Aber eigentlich ist die Frage tiefer. Eigentlich geht es darum, warum steckt man eigentlich fest. Und hier kommt jetzt die berühmte Pause. Wie gesagt, eines der wichtigsten, allerwichtigsten Instrumente beim künstlerischen Arbeiten. Also erst mal, ja, Sie haben eine Idee und auf einmal, ja, es fühlt sich an, Sie rutschen auf der Butterbahn entlang. Sie sind glücklich, Sie sind im Flow und dann Schluss. Dann stecken Sie fest. Dann haben Sie erst mal Frust. Und da muss man erst mal ein bisschen mit dem Frust umgehen. Also entweder Pause machen oder einmal durch den Wald rennen oder auch rumschreien, das Sofakissen vermöbeln. Nur bitte keine Mitmenschen oder Haustiere anschreien. A, das bringt nämlich nichts für Ihren Arbeitsprozess. Sie haben dann nur Streit oder ein schlechtes Gewissen. Und B, wirklich nicht. Gibt ja andere Methoden. Hauen Sie das Handtuch gegen die Wand oder so. Und danach, wenn Sie so ein bisschen wieder besser Luft kriegen und so und nicht mehr ganz so angepisst sind oder auch deprimiert, dann ist die zentrale Frage. Muss ich tiefer oder muss ich locker lassen? Das ist meiner Erfahrung nach das, worauf sich sehr viele Situationen des Feststeckens auch im Leben so allgemein reduzieren lassen. Muss ich näher ran? Muss ich mehr Energie reinstecken? Muss ich mich konzentrieren? Muss ich da reinbohren? Oder muss ich zurücktreten? Beim kreativen Arbeiten heißt es, brauche ich mehr Tuchfühlung? Muss ich mehr lesen? Muss ich mir Sachen angucken? Bilder angucken? Muss ich Material anfassen? Muss ich spielen? Muss ich alle Kisten mit Material auf den Fußboden auskippen und durchwühlen? Oder brauche ich die Pause? Das heißt, gebe ich den Job einfach an mein Unterbewusstes weiter? Ich sage Unterbewusstes, hallo? Ich habe die Schnauze voll, ich kann nicht mehr. Ich übergebe dir diesen ganzen Kram, du kümmerst dich jetzt darum. Ja, und du sagst mir dann Bescheid, wenn du was hast. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, das klingt auch so ein bisschen nach Bestellung ans Universum. Das sind so, das sind so ein paar so Techniken aus einer Ecke, mit der ich nicht so ganz glücklich bin. Das Problem ist, wenn sie beim kreativen Arbeiten, wenn sie feststecken und die Arbeit an ihr Unterbewusstes übergeben, das funktioniert. Also wie das jetzt ist mit Lebenspartner oder Parkplätze bestellen, weiß ich nicht, bin ich skeptisch. Sagen sie mir, was ihre Erfahrung ist. Aber meine Erfahrung ist, wenn sie eine halbfertige Idee oder eine Aufgabe sich genau angucken und dann sagen, mein Kopf ist jetzt leer, ich kann jetzt nicht mehr. Unterbewusstes Ich übergebe dir das jetzt, ich mache mal was anderes. Und dann lassen sie das so ein bisschen gären und vor sich hin wutzeln. Ja, und dann ab und an, so ein paar Stunden später, machen sie mal so ganz relaxed, gucken sie mal ein bisschen Hintergrund im Internet dazu nach oder lesen ein bisschen was dazu oder besprechen das mal so, wirklich so bitte so nebenher, besprechen sie das irgendwie mit ihrem besten Kumpel. Und dann werden sie sehen, dann fangen an so Bruchstücke aufzutauchen. Ja, dann kommen so Teile, Ideen und am nächsten Tag wissen sie auf einmal, wie es geht. Ja, oder zumindest wissen sie den nächsten Schritt. Das ist deswegen ist die Pause so wichtig beim kreativen Arbeiten, weil sehr viel kreatives Arbeiten von unserem Unterbewussten und Unbewussten erledigt wird, während wir andere Sachen machen. Man darf sich jetzt nicht total in die anderen Sachen stürzen, man muss das ein bisschen so mitlaufen lassen, dass da ein anderer Prozess ist. Aber tatsächlich ist es so, wir können, wenn es nicht weitergeht, wirklich diese Dinge mal kurz delegieren und sagen, mach mal, mach mal bitte, während ich schlafe. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sie, wenn sie kreativ arbeiten, dass sie genug Ruhezeiten haben. Also ich habe eine Kollegin, die immer sagt, wenn ich in der Hängematte liege und nichts mache, arbeite ich auch, weil ich den Dingen Zeit gebe, sich zu entwickeln, weil da sozusagen Fermentierungsprozesse ablaufen und die brauchen Raum, die brauchen Zeit und ich kann in der Zeit nichts anderes machen, aber trotzdem heißt es nicht, dass ich hektisch rumrenne oder an irgendwas rumarbeite. Von außen sieht es aus, als tätig nichts. Gut, das ist eine Möglichkeit. Nach der Pause geht es weiter. Dann kommt aber häufig das nächste Problem. Also wenn Sie was, wenn Sie einen Teller an die Wand geworfen haben oder frisch geduscht oder geraucht oder Yoga gemacht und Mandala gezeichnet haben oder so, wenn Sie dann denken, so, Pause vorbei, jetzt fühlt sich das alles besser an. Da kommen auch irgendwelche Ideenfragmente hoch und dann setzen Sie sich hin, um weiterzuarbeiten. Dann kommt sehr häufig der sogenannte innere Kritiker auf den Plan. Der ist sehr unangenehm und ein sehr komplexes Phänomen. Der innere Kritiker ist dieses kleine grüne Männchen, das auf ihrer linken Schulter sitzt. Im Zeichentrickfilm ist das der kleine rote Teufel und der an allem, was sie machen, rummeckert. Das bleibt auch, das haben sie immer. Das sind häufig Injektate, das sind Stimmen, die übrig geblieben sind von schlimmen Situationen in ihrem Leben, aus der Familie oder woanders her. Das ist dieses, man fängt an zu arbeiten und dann kommt eine Stimme, man hat noch gar nicht richtig angefangen, man macht zwei Striche und dann kommt, ne du, das wird nichts. Und das gehört zur künstlerischen Arbeit und das gehört zu ihrer Auseinandersetzung, dass sie lernen, mit dieser Stimme umzugehen. Und diese Stimme ist ätzend. Und der beste Tipp dazu, der ist tatsächlich von Julia Cameron aus Der Weg des Künstlers. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsbuch, also ich sehe das in vieler Hinsicht sehr kritisch. Trotzdem kann man, man kann keinen Podcast zum kreativen Arbeiten machen, ohne das Buch mal aufzuführen. Und sie hat sehr kluge Sachen gesagt zum inneren Kritiker. Gucken Sie da mal rein. Der Tipp von Julia Cameron dazu ist, geben Sie die Verantwortung ab. Ja, der beste Tipp ist, innerlich zu sagen, ich mach jetzt und du darfst später zu Wort kommen. Denn diese Kritikerstimme, die ist oft auch eng verwandt mit der linken Hirnhälfte, die arbeiten gern zusammen. Die ist ja nicht nur schlecht. Also sie machen was, sie arbeiten was, sie schreiben ihre Hausarbeit in Literaturwissenschaften, sie malen, sie bauen eine Installation. Egal. Und es ist gut, wenn sie da den ersten Teil gemacht haben. Es ist gut, wenn sie dann in einem anderen Modus kritisch drüber gucken. Also erst schaffen, dann gucken. Was davon kann ich gebrauchen? Was ist gut? Was funktioniert? Was löst was aus? Und was ist schwach? Ja, was muss davon weg? Welche Sätze stimmen nicht? Welche Linien stimmen nicht? Welche Farben? Welche Materialien? Welche Themen? Was muss raus? Was wird hier gelöscht? Und das ist der Moment, wo der Zensor sprechen darf. Denn der Zensor, der weiß ja zum Teil auch Bescheid. Der erzählt, wenn man dem zu Raum gibt, dann erzählt er viel Scheiße. Aber es gibt auch Momente, wo man sagt, so jetzt kritisier mir das mal. Und manchmal ist er dann durchaus zu gebrauchen. Ansonsten hat er die Klappe zu halten. Wenn der sie daran hindert, Material zu schaffen, über das sie drüber gehen können, dann haben sie nichts, womit sie arbeiten können. Also wenn sie anfangen, was zu machen, erst mal ausprobieren. Erst mal Masse schaffen. Sortieren später. Das ist bei allen gestalterischen Arbeiten zunächst mal ein gutes Grundprinzip. Schaffen sie erst mal was. Machen sie Varianten. Probieren sie Dinge durch. Kommen sie weg von der Idee, dass es beim ersten Mal sitzen muss. Erst mal machen. Machen sie fünf Zeichnungen. Machen sie 50 Zeichnungen. Machen sie 60 Abdrücke. Und wenn 59 davon Schrott sind, haben sie immer noch einen, der richtig gut ist. Und das ist völlig okay. Das gehört mit zum künstlerischen Arbeiten. Es gehört dazu, dass sie experimentieren, dass sie Material schaffen, Varianten schaffen und dann aussortieren. Und das ist bitte das, was sie dieser Stimme, was sie dem kleinen grünen Männchen auf ihrer linken Schulter sagen, wenn der sich meldet. Sie sagen, du bist jetzt still. Ich brauch dich später. Aber jetzt schaffe ich erst mal Material. Jetzt ist mir egal, ob das gut ist oder nicht. Jetzt machen wir erst mal. Und um die Qualität kümmern wir uns später. Das gucken wir dann. Das ist das, was sie der Stimme sagen und dann ran als Arbeiten. Künstlerische Werkzeugkiste. Das funktioniert oft. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass diese Stimme häufig sehr destruktiv sein kann. Und manchmal ist die damit nicht in den Griff zu bekommen. Und das Problem ist auch, dass diese Stimme verbunden ist, normalerweise mit den schlechtesten Erfahrungen in unserem Leben. Das ist die Stimme, die in unserem Inneren spricht mit der Stimme von Leuten, die uns entmutigt und entwertet haben. Es gibt Richtungen, die nennen das Theta-Injektat. Das ist nicht so wichtig. Das Wichtige ist, das ist eine fremde Stimme, die in ihnen spricht und sie entmutigt. Und das Problem ist, dass diese Stimme nicht im luftleeren Raum spricht und auch nicht nur in ihnen, sondern das ist eine Stimme, die häufig auch mit der ganzen Kultur verbunden ist. Also ganz definitiv immer mit unserer familialen Vergangenheit, mit jedem von uns. Niemand von uns hat ja in der Familie nur Ermutigung erfahren. Das ist egal, wie nett und wie lieb unsere Familie ist, da können die gar nichts dran machen. Es gibt auch Dinge, die wir selber lösen müssen und dass es erwachsen werden. Aber das Problem ist, es gibt häufig einen kulturellen Kontext, der solche Stimmen verstärkt. Und dazu gehört sowas wie, wem ist erlaubt zu sprechen? Wer wird gehört? Was erzählt unsere Kultur, wessen Wort etwas wert ist, für wessen Wort Raum da ist? Wer ist mehr real als andere Personen? Ja, wir haben das Problem, wir leben in einer Kultur, in der manche Leute einfach mehr Gewicht haben und realer sind als andere oder als realer betrachtet werden natürlich nur. Und das hängt häufig mit dem Körper zusammen oder mit der Herkunft. Also gar nicht damit, wer man wirklich ist, sondern damit, wie man aussieht oder wo man herkommt. Also es geht hier auch um Vorurteile, es geht um wirklich ein kulturelles Problem. Also zum Beispiel lerne ich natürlich als Frau, und ich denke, dass das auch in der jüngeren Generation noch so ist. Natürlich lerne ich, dass ich weniger gehört werde als Männer. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn ich in einem beliebigen Raum bin und die Frauen frage, wer von ihnen hat schon mal erlebt, dass sie in einer Gruppe sind und sie sagen was und darauf gibt es keine Reaktion, es ist, als wäre nichts passiert und drei Minuten später sagt ein Mann das Gleiche, genau das, was sie auch gesagt haben und dann gibt es auf einmal Beifall, da klatschen alle. Also das ist eine sehr typische Situation. Normalerweise haben das sehr viele Frauen schon mal erlebt. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Männer das absichtlich machen oder so, sondern das ist eine kulturelle Struktur, an der wir arbeiten müssen, um sie loszuwerden. Oder eine andere Sache, die sie hemmen kann, eine andere Sache, die diese Stimme verstärkt, die sagt, was du zu sagen hast, ist unwichtig. Diese kleine grüne Stimme. Was anderes, was das verstärken kann, ist, sie sind in Kontexten, in denen ihre Fähigkeiten unsichtbar sind. Zum Beispiel. In der Schule passiert das auch sehr oft leider. Aber jetzt mal ein schönes Beispiel, hat eine Kollegin von mir erlebt, bei einem Schulprojekt. Da war ein Mädchen, die war gerade angekommen aus dem Ausland und das Kind sagt, sie kann bis tausend rechnen. Kann noch nicht gut Deutsch. Das ist für die wichtig, dass sie bis tausend rechnen kann, dass sie irgendwas kann. Mathematik ist ja oft toll, wenn man mit den anderen Sprachen nicht zurechtkommt, weil diese abstrakte Sprache der Mathematik, die hat man dann schon anders gelernt. Aber die Lehrerin sagt, nee, kann die überhaupt nicht. Das ist Quatsch. Das ist alles, was die da aufschreibt, das ist Blödsinn. Meine Kollegin guckt da drauf und dann stellt sich raus, naja, das Kind kann schon rechnen, aber das Kind kommt aus dem arabischsprachigen Raum und schreibt indische Zahlen. Also es ist ein bisschen ironisch, im arabischen Raum schreiben indische Zahlen häufig und im europäischen Raum schreiben wir mit arabischen Zahlen. Das Mädchen konnte rechnen, aber die Lehrerin konnte das nicht sehen, weil das Mädchen weniger real war, weil die Schrift, die Sprache, die sie gelernt hatte, in dem Zusammenhang, in dem sie dann war, weniger real war. Und das sind Stimmen, die unter Umständen bei ihnen bleiben und die sie zäh und langsam wegarbeiten müssen. Männer haben da statistisch gesehen häufig Vorteile, vorausgesetzt sie sehen nicht in Anführungszeichen ausländisch aus oder sprechen in Anführungszeichen ausländisch oder sie sehen sehr schwul aus oder sie sind chronisch krank oder offensichtlich arm und nicht so gebildet etc. 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 Aber ich kenne wirklich viele Männer, von denen ich weiß, dass auch sie diese Stimmen mit sich herumtragen. Sehr zerstörerische negative Stimmen, die ihnen erzählen, dass sie nicht sein dürfen, wer sie wollen etc. Kann sein, dass sie manchmal weniger durch die Gesellschaft verstärkt werden, trotzdem sind die da. Und was machen sie jetzt damit? Also die erste praktische Methode, wenn sie feststecken, ist immer, A, muss ich näher ran? Brauche ich mehr Input? Auseinandersetzung mit dem Material oder mit Hintergrundwissen? Oder brauche ich Abstand? Brauche ich Pause? Muss ich das an mein Unterbewusstes abgeben? Und dann kommt die Stimme des inneren Kritikers. Und da ist eine Methode, die häufig wirkt zu sagen, du hältst jetzt die Klappe, du darfst später was sagen, jetzt wird erst mal gemacht. Das kann aber unterschiedlich schwer sein und es ist wichtig und es ist ein langer Prozess, da können Sie sich ruhig mal 20, 30 Jahre Zeit für nehmen. Trotzdem, gucken Sie mal, gucken Sie mal, woher diese Stimme kommt. Ja, wer hat denn wann mit Ihnen so geredet? Wer hat denn wann Ihnen zu verstehen gegeben? Vielleicht nicht gesagt, ja, aber zu verstehen gegeben, dass Sie nichts zu sagen haben, dass das, was Sie zu sagen haben, nicht wichtig ist. Ja. Und wenn Sie es schon mal gelöst haben, wie haben Sie es denn gelöst? Übung. Übung. Diesmal. Erstens. Bitte probieren Sie das mal aus. Wenn Sie das nächste Mal in der Situation sind, dass Sie nicht weiterkommen beim kreativen Arbeiten, dann kann auch wirklich auch beim Textschreiben funktioniert es auch. Beobachten Sie das mal. Gucken Sie mal, hilft Ihnen näher rangehen? Und was bedeutet näher rangehen für Sie? Oder hilft Ihnen die Pause? Probieren Sie das mal aus mit der Pause. Also wirklich, Sie sagen bewusst, okay, ja, ich mache jetzt Schluss. Ich arbeite darüber und ich überreiche dieses Problem an mein Unbewusstes. Das soll sich was dazu einfallen lassen. Und dann warten Sie mal ab, ob am nächsten oder übernächsten Tag was kommt. Bitte probieren Sie das mal bewusst aus. Zweitens. Liste. Gucken Sie bitte noch mal auf Ihre Rechtshirnliste. Die wird sich in weiten Teilen überschneiden mit einer Liste, was Sie tun bei Feststecken. Aber die sind nicht ganz identisch. Gucken Sie doch noch mal zurück. Gehen Sie noch mal Situationen durch in der Vergangenheit, wie Sie das gelöst haben beim Feststecken. Und dann machen Sie eine zweite Liste. Ihre Feststeckenliste, die kleben Sie an Ihren Kühlschrank, neben die Rechtshirnliste. Und bitte immer, wenn Ihnen was einfällt, immer wenn Sie eine neue Lösung finden, die Sie wieder in Gang bringt. Oder eine Lösung, wie Sie mit dieser Kritikerstimme klarkommen. Ja, was Sie der antworten, was Sie der entgegenhalten oder wie Sie von der ablenken. Schreiben Sie bitte auf die Liste. Und drittens bitte ich Sie ganz dringend, die Texte zu lesen. Ich habe zwei sehr, sehr zentrale Texte für Sie rausgesucht. In denen es darum geht, wie man die eigene Stimme findet. Was die Stimme bremst. Was diese Kritikerstimme stärkt, die sie zensiert. Und auch, was Ihnen möglicherweise hilft, dagegen anzugehen. Das ist ein ganz, ganz zentraler Text von Bell Hooks. Bell Hooks, B-E-L-L-H-O-O-K-S. Kleingeschrieben, bitte. Schlagen Sie die mal nach. Sie sind eine ganz tolle Frau. Tolle Theoretikerin und Schriftstellerin aus den USA. Und das einfach unbedingt gelesen habe. Ich habe einen etwas älteren Text vorgeschlagen. Aber er ist sehr, er ist sehr präzise, sehr auf den Punkt und sehr gut zu lesen. Kommt aus, äh, aus der Sammlung von Gloria Ansaldoa. Making Face, Making Soul. Haciendo Caras, Creative and Critical Perspectives by Women of Color. Ist erschienen in San Francisco 1990, ist Seite 207 bis 211. Gibt es auch als PDF im Internet. Und in diesem Text geht es erstens darum, wie Bell Hooks, während sie aufgewachsen ist in den amerikanischen Südstaaten, wo ihr zu verstehen gegeben ist, dass das, was sie zu sagen hat, nicht öffentlich von Belang ist. Und B, dass das, was sie als Frau zu sagen hat, gesellschaftlich akzeptabel sein muss. Das ist natürlich sehr zentral. Ist das, was sie sagen, akzeptabel? Oder gibt es dafür möglicherweise Ärger? Und sie schreibt natürlich dafür, dass man ruhig auch mal was sagen soll, was Ärger macht. Weil das andere uns alle zum Verstummen bringt. Alle. Und das andere ist Rebecca Solnitz Autobiografie. Unziemliches Verhalten, wie ich Feministin wurde, ist erschienen bei Hoffmann und Kampe in Hamburg 2020, Kapitel 2. Ja, Rebecca Solnitz, R-E-B-E-C-C-A-S-O-L-N-I-T. Das ist die Frau, die den Begriff Men's Plaining geprägt hat. Also zwei wichtige Frauen, zwei tolle Theoretikerinnen. Gucken Sie mal rein, es ist sehr, sehr, sehr erfrischend, die beide zu lesen. Auch für die Männer unter ihnen. Falls jetzt irgendjemand das Gefühl hat, warum soll mich jetzt interessieren, was Bell Hooks schreibt aus einer schwarzen Perspektive. Die schreibt für schwarze Frauen. Ich bin aber ein asiatischer Mann oder so. Warum soll mich das interessieren? Doch bitte gucken Sie rein. Die hat Ihnen was zu sagen. Das ist ganz zentral, was die schreibt. Und ganz ehrlich, als weiße Frau bin ich gewohnt, dass auch Männer, egal welcher Hautfarbe, Dinge zu sagen haben, die mich angehen. Und das ist natürlich auch in diesem Fall so. Also ich kann es Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Das sind wirklich sehr zentrale Texte. Künstlerische Werkzeugkiste. Konzipiert und präsentiert von Käthe Wenzel. Mitarbeit Nadja Driller. Ein Projekt der Europa-Universität Flensburg.